Es ist schön, wieder hier zu sein. München ist die zweite Heimat auf jeden Fall. Es ist natürlich einfach, wenn man zu einer Mannschaft kommt, wo man schon war. Man lebt sich schnell ein, man weiß, wo alles ist, man kennt die Stadt, man kennt die Leute. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich glaube, der Basketball in München ist nochmal um einiges präsenter. Ich glaube, die Leute wissen viel mehr, was Bayern Basketball mittlerweile ist. Und von daher, das merkt man in der Stadt schon, dass das anders wahrgenommen wird. Ich glaube, es ist eine super Mannschaft, gute Jungs. Natürlich Robin, von früher noch. Ich meine, wir sind da immer in gutem Kontakt geblieben. Aber auch Leute, die ich Heiko oder so, mit denen ich natürlich auch früher schon als Nahmannschaft gespielt habe oder schon aus der Jugend in Berlin kenne, wird bestimmt interessant, mit ihm auch zusammen zu spielen auf diesem Niveau. Und ja, von daher freue ich mich, wenn die Jungs alle dann noch da sind, auch von der Nahmannschaft alle kommen und wir uns dann als Team zusammenfinden können.